Musik 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 Ich bin gegen diese Hochzeit von Bayer und Monsanto, weil wir hier eine ganz fatale Situation für unsere Saatgutproduktion bekommen. Noch ist es nicht zu spät und ich finde die Kommission muss jetzt Farbe bekennen, wenn wir von bäuerlicher Landwirtschaft her als Modell in Europa reden, können wir keine solche Großkonzerne im Rücken der Landwirtschaft gebrauchen. Monsanto sind GmO, we say no, we say no, we say no. Thank you. Applaus